aus dem wach ich habe nur ein ganzes zeichnen aber ich glaube es ist wirklich irgendwas falsch es kann aber nicht sein weil bei mir war alles so wie es ist ja jetzt komm jetzt was soll jetzt ich will mein Zeugs wieder sowas zu sehen ach egal Gott nicht ich auch schon ab Leon irgendwas ist da echt komisch gerade gewesen ich weiß ich verstehe das jetzt auch nicht Leon aber ist ja eigentlich ja warum das jetzt nicht so ist und so er ist doch nicht so schlimm das eben ist ein Bugi alles und ja ich habe eine der Sorge kannst du selber machen und sie können dann aus welchen bis zum Beispiel nicht alles ist ja ist das schlimm oder muss ich dir reparieren oder muss noch kurz nach hause und dann das Zeug holen ich habe das Zeug halt nicht ja das ist doch direkt in der Nähe des Holz die Tür habe ich hingesetzt die habe ich eingesammelt und der Sand und der Glas ist weg gesprengt also ist es jetzt schlimm oder nicht denn nun ist klar ist es schlimm aber du hast doch eine Sandkiste war glaube ich noch da aber ich habe keine Kohle und die Schmelzen es ist jetzt so schlimm oder es ist jetzt so schlimm ich glaube ich glaube ich glaube ich bin ja wenn man scheiß glätt Kohle holen um den Scheiß zu machen also jetzt ist das ein Problem oder ist das kein Problem du kannst auch heute du kannst auch heute also soll ich dir das Glas bringen Elias oder nicht können oder sollen sollen ok dann bringe ich dir das Glas vorbei das ist ja nett lol spinne Prozent Prozent er hätte meine an mein Haus sieht er jetzt ganz anders aus hier ist dank für die zweite Teeblöcke hundern die Lager noch offen auf leeren Seiten auf seiner Treppe in den Himmel rum glaube ich um an die Rumpf mit dem Torwitz ja die liebt die standen da so zu sagen wenn es so gut ist so ach so so ist jetzt in der Ort gestorben im Slime nein natürlich hier ist es noch Kohle und du hast noch ein es sind und du hast noch ein ich bin ich bin Köln-Kohlen die Händler in Teilchen der Wünsche auch und das ja mehr wir fassen sich ein normales Zeug gefunden in dem Elias mit um groß geschrieben oder nicht und nicht und obwohl gehen der Kind die es mit dem und jetzt hat es was ist jetzt doppelt das ganze Zeug oder was nein weil ich in der Minderkantil nicht mehr rein ja geht macht es dann tun wir alles Zeit weg und die mit dem anderen Akkant rein und hol dir alles Zeug weil das ist ja dann richtig verzaubert er wollte keine XP zu geben oder sowas im Kumpel ich hab kein Sand ich hab kein Holz mehr ich hab gar nichts ich hab kein Eisen ja ja das ist jetzt okay also wirklich ankommen wird echt müssen die Kinder müssen was ist er umregt und dann ist er wegschmeißen ich muss mir noch an bis wirklich okay warte zwei Spinnen und die Spinnen töten nun mit er kommt wo bist du da oben okay und dann kommt als wir uns bezogen und zusammensteigen ich will ich umbringen von der Spinn ich bin ja auch der Stimmte Konzern aber springen der Brusten aber in der Miene weil ihr es hat nicht unterbringt bei dir soll ich jetzt auch so So, jetzt liegt hier das Zeug rum Ähm, warte Geh raus Also Ach, gehen wir hier Willi, jetzt wo hattest du 64 Sand? Was? Der hat aus meiner Kiste rausgeholt Ja, auf die 64 Sand kannst du jetzt scheißen, oder? Ja Er hat in seiner Kiste noch mehr als 5 Stacks Sand Ja, dann kann er ja drauf scheißen, ist ja okay Ach, das ist so nice, dieser Geilte-Mobacht schwachen Nein, ich hab mein Zeug immer noch nicht gehören Die kann man ja eigentlich noch recht Ja, dann kommen wieder zu mir, eula Ja, die haben da auch scheiß, oder? Der war schon groß drin Ist der mit einem anderen Account rein, oder? Ja 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 Voll fail und so Ja, die Aufnahmen, der Aufnahmestart ist jetzt echt fail Wollt die auch noch einen anderen Account haben? Hm? Wo ist jetzt der scheiß Element da? Komm her, du Opfer Sehr gut Lias, weißt was, ich tp mich jetzt einfach zu dir Ja, ran, tp dich zu mir, wenn du drin bist Weil das ist langsam echt scheiße, wenn wir mal rinlaufen und herlaufen müssen, nur wegen dem Scheiß So, tp, Eli, Hasch, Kilikonon, 8 So Dann ist hier das, 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 und das Und die? Und die was? Und die was? Die Level XP So viel von Elias, 9, 8 Oh, ey Äh? Ach, Quatsch, heißt ja nicht Elias und Amt Elias, Elias, so Okay, sind genau Sehr gut Oh, ey Hm, was soll man hier von Lichtlevel? 7, 8, oh, scheiße, hier können Mops, boah, ich mach mal mal ne Fackel, so Ähm, joa Nein Doch Hast ne scheiß Ex-Entschandung bekommen Weiß nicht mehr Lol Hatte ich jetzt ne Ha- Lol, hatte ich, das muss ich mir kurz anschauen Was denn? Hatte ich ne Axt und ne Schaufel Oh, Elias Ich geh halt auf Youtube Ey, wie willst du dir das auf Youtube anschauen, Elias? Ich glaube ich das hatte Äh, aber die Videos sind noch gar nicht online Weil es auch in deiner Perspektive ist Weil es auch in deiner Perspektive ist genau, Elias Ja, das habe ich euch doch gezeigt, dann schon Nein, außerdem sind die Folgen werden noch gar nicht hoch, oben Elias Die sind ja auch mein Rechner und Du hast eh noch genug Zeug und du kannst eh was fahren gehen und Ja Egal, auf die vier Diamanten Kannst auch nicht einmal Ja So, ich hole zuerst mal alles weg Das ist Wasser, ich fühle dich Ich schau gleich wieder Was ist Elias? Das ist Wasser, ich fühle dich Da kannst du länger unter Wasser bleiben, glaube ich Oder sowas Ich bin mir aber nicht sicher Ich bin mir aber nicht sicher Ich bin mir aber nicht sicher Ja, ich bekomme Okay Ich kann die Langerdistenz anfangen Was? Wo ist denn die Ränder des Tens? Genau, wo ist die? Unter Grafikeinstellung, glaube ich, Elias So Jetzt müssen wir mal schauen Ich brauche ein Kraftriptail Jetzt habe ich jetzt Tränen wieder LOL Das leckt zwar Ein bissl Bei dir Ne, aber ich Es ist trotzdem nicht weiter, deswegen sehe ich mein Haus in sehr gut Nein Ich stelle trotzdem wieder runter Ich stelle trotzdem wieder runter Nein, was ich sehe Was ist los Elias? Nein, ich meine Lian, du schuldest mir noch ein paar TNT, ne? Ja, ich weiß Was? Wie viel hattest du dir genommen? Das waren 6 oder so Na, ich glaube 6 6 könnte hinkommen Ich hatte nämlich noch 17 Ich glaube ich hatte 23 oder sowas Ich war immer Also in meinem Haus Wann auf alte 6, die beziehungslos sind Wo mache ich denn denn eigentlich? 1 5